Und wir haben trotz des Regens, Regenwetters, einen Pass geschafft. Und das Wetter hat wieder gebessert, es ist wieder mild-warm und wir haben hier Österreicher getroffen, die sind hier ziemlich lange unterwegs und immer interessanter, zusammen zu sprechen. Jetzt habe ich nachgeschaut, wir sind in Modan. Okay, da ist der Supermarkt. Ich denke, wir gehen da mal schnell rein. So ein Kaffee wäre gut. Und wieder glücklich zurück. Wir hatten nicht so viele Erwartungen an diesen Ausflug heute Nachmittag. Und er wurde echt cool. Über den Mont Galbier sind wir gefahren. L'Ève geht auch immer die Tour de France durch, über diesen Pass. Und es war ganz schön. Der Regen hat schnell aufgehört und es war super. Überraschenderweise super. Die Tropika tut zu, den brauche ich auch gar nicht. Ja, da ist wie eine 6 Minute. Oh, da ist die 6 Minute. Ja, open. Ja, willst du gerne dort rein? Wenn du mich beraten bekommst, komme ich mit. Ja, das ist schön. Ah, das bränt schon. Sonst hätte man doch halbem Englisch noch Mühe. Das ist eh warm gemacht. Danke. Es brennt noch. Oh, 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 oh. Also, gerne einen guten Tag. Donnerstag, der 15. September. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Der Bauer Hause und der Architekt Gere fahren wieder Richtung nach Hause. Turin, Osta, Martini, Bern. Kirchbergersingen. Ja. Und wir verabschieden uns von Briasso. Äh, das ist nicht Briasso, oder ist das schon nicht? Das ist weit davon. Briasso war cool. Wir zwei haben coole Touring gemacht. Und jetzt geht es Richtung Aosta, dann Martini nach Hause. Fünf bis sechs Stunden Fahrzeit. Je nachdem. Ja, liebe Autofreunde. Und wieder in Aosta angekommen. Von unserem Ausgangspunkt. Hier haben wir ja übernachtet. Jetzt essen wir Mittagessen hier. Und dann geht es wieder über den grossen St. Bernhard. Zurück nach Martini. Und dann die Autobahn rauf bis Kirchberg. Gere am Zigaretten drehen. Ja, das war's von unserer Tour. Fünf Tage unterwegs mit Gere. Es war spannend. Und ich habe auch Glück gehabt. Und wir sind wieder gut zurückgekommen mit schönen Erinnerungen zusammen. Es war ganz schön toll. Gere, danke vielmals. Auf nächsten September. Tschüss zusammen. Ciao, ciao. Danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao.